Heute machen wir mal einen leckeren Melonensalat der Extraklasse. Sieht ja nicht lecker und frisch aus. Also, wir brauchen eine halbe Melone und zuerst schneiden wir hier unsere Melonenstückchen raus. Falls du ein Eisportionierer hast, dann eignet sich dieser besonders gut, wie du siehst. Wenn wir nun unsere Melonenscheibe ausgehöhlt haben, befüllen wir diese nun mit unserer geschnittenen Paprika unserem Salat und natürlich unseren Melonenstückchen. Hinzu kommen außerdem noch geschnittene Chili und dann erstmal alles schön verrühren. Dann geben wir unsere Cocktailtomaten hinzu und natürlich unseren halben Feta-Käse. Zum Schluss noch eine Avocado und dann noch unser angemischtes Pesto. Das Rezept dazu habe ich dir hier unten in der Infobox verlinkt. Nun noch etwas Grässe drüber und fertig ist unser leckerer Melonensommersalat. Lass es dir schmecken! Komm schon an. Wie war es so? Wie war es so? Horter ist sex rumpelig. Sagenенное bisa